Wie kann Stihl die Vielfalt unterstützen? Wir haben uns die Frage gestellt, wie die Firma Stihl noch nachhaltiger werden kann. Wir möchten das händische Schärfen der Motorseckenkette automatisieren. Das sind gute Ideen zu den Zukunftsthemen von Stihl, die wir und die Jury gleich präsentiert bekommen. Ich bin Sophie und komme aus Bonn. Wir sind Eva, Ivan, Moritz, Felix, Alena, ich bin Leon. Mein Name ist Stihl. Endlich ist es soweit. Das Finale des Stihl Cutting Edge Awards geht in die dritte Runde. Wir freuen uns darauf, euch jetzt unsere Idee vorzustellen. Mehr dazu seht ihr gleich in unserem Pitch. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß bei unserem Pitch. Menschen, die arbeiten mit und in der Natur erleichtern. Was wäre eigentlich, wenn deine Kettensäge mit dir sprechen könnte? Ich glaube, die waren am Anfang sehr überrascht, welches Niveau da auf sie zukommt und wie ausgefeilt der Pitch sein wird. Ein breites Grinsen. Wie zufrieden bist du mit dem Team? Super zufrieden. Der Pitch hat mir extrem gut gefallen und von dem her bin ich super zuversichtlich. Ja, das Team Chain Grinder ist definitiv einer der Favoriten hier in diesem Wettbewerb, muss man ganz klar sagen. Das Schärfen ist oft sehr mühsam und darauf haben wir einfach keine Lust mehr. Ich glaube, da trefft ihr bei unserer Jury natürlich auch auf großes Interesse. Also sehr, sehr durchdacht. Sagenhaft. Ich bin hier mal gespannt, wie sich die Jury entschieden hat. Der Preis in der Kategorie Future Creator geht an das Team. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Lösungen und wenn man sich da mit jungen Menschen vor allem unterhält, die aus einer komplett anderen Perspektive auf unsere Probleme, auf unsere Produkte, auf unsere Marke schauen, dann ist das einfach extrem bereichernd. Ich glaube, die Studierenden überrascht am meisten, dass wir erstens ihre Ideen sehr ernst nehmen, aber andererseits ihnen auch Mentoren zur Seite stellen, die nicht nur fachlich sehr kompetent sind, sondern auch menschlich. Wir haben eine Menge Herausforderungen bei Stihl. Genau dazu brauchen wir Neugierde, Offenheit, Kreativität, innovatives Denken. Ich bin begeistert von dem Spirit, den die jungen Leute heute mitgebracht haben. Diese Aufbruchsstimmung, dieses Mitgestalten-Wollen und den Mut, sich einzubringen, ist wirklich umwerfend. Du willst uns bei Stihl auch hautnah kennenlernen? Dann mach mit beim nächsten Stihl Cutting Edge Award. Untertitelung des ZDF für funk, 2017